grundsätzlich wäre das dann ja so so starten spieler eine spielsuche und halten es dann nicht aus diese 40 sekunden zu warten und spiels bestätigen und normalerweise müssen wir wenn man das spiel dann nicht bestätigt wie bei dota glaube ich eine fünf minuten sperre bekommen oder so dass man den mist nicht die ganze zeit über macht weil das nervt ja schon wieder einer nicht dabei gewesen und genug spiele sollten auch noch spieler sollte eigentlich auch online sein da es fehlt noch einer und bis hierhin bestätigen immer alle dann kommt noch eventuell der und jetzt der letzte der der immer noch am ende dazu kommt wenn es denn dann so ist dass die eine feste reihenfolge haben was sind da los was soll man machen tatsächlich so schnell ging meine an hier alle fertig geladen muriel fern kam vielleicht das ist doch mein engel guck mal hier auf anpassen kann ich helden auswahl nee ach schade dafür den hatte ich ja den skin so ups entschuldigung was habe ich denn eigentlich standard fernkampf am griff der 15 jahren verursacht trick schusskugel die ersten verbündeten helden dann den sie berührt schild sowie 35 maximal bewegungsgeschwind verlangsam für drei sekunden bewirkt dass meine kuh blas mit flächen wirkung also ich bin support dann laufe ich doch lieber auf die rechte lane wenn ich nicht mal wenn ich meinen kollegen mit bewegungsgeschwindigkeit und schild und schaden und was weiß ich ausrüsten kann wäre das ja wohl kein fehler so theoretisch wollen wir noch mal sehen äh partie beginnt wunderbar hm jetzt ich weiß nicht der backport lohnt sich mittlerweile kaum noch doch irgendwie war hm 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 hol home HD hm 14 j so mal Nicht mir auch recht. Ich brauche noch einen Moment, bis sie da sind. Guck mal einen an. Die werden sogar mit Farben angezeigt. Wow. Ein Nahkämpfer. Da ist er. Boah, das ist ja so assi. Da guckt man ja gar nicht hoch. Okay. Ach so. Geht das bei denen auch? Ja. Tatsächlich. Kostet aber wahrscheinlich eine Menge Mana. 100. Und ich habe 280. Also kann ich das nicht allzu oft einsetzen. Ach so. Was ist denn los? Wie ist denn auf einmal auf mich losgegangen? Warte, wurde der da durch Schwächer? Was zur Hölle? Was war das denn? Fähigkeit schon. Ah. Ups. Woher kam denn gerade eben der Schaden? ganz merkwürdig. Was ich ein bisschen komisch finde jetzt, äh, vorher war es ja so, da lagen noch Kugeln rum. Wenn. Wieso kann der schneller laufen als ich? Das war's. Bis jetzt habe ich eins von diesen Biestern gekillt. Ist doch lächerlich. Kulmisch. Kulmisch. Hm. Okay, er konnte ausweichen. Ah, wir haben jetzt einen komischen Teleportportal. Hm. So, mein lieber Freund. Hm. Den Kerl könnte ich... Ach, komm schon, Mensch. Unglaublich, da rennt er da rein, ohne dass ich den vorher... Hm. Er hat auch nur aufgehört, mich zu verfolgen. Hm. Boah, ich hasse das. Hm. Junge, Junge. Das war knapp. Wieso komm ich denn nicht da? Da hat man noch nicht mal eine Chance, sich zu verstecken, so ein Shit. Hm. Ich denke mal, meine Crew wäre da ganz gut. Oh ja. Was haben wir hier? Mana-Regeneration, Leben und Mana. Wunderbar. Ach so. Gut, gut, gut. Habe ich glatt nicht aufgepasst. Das Problem ist jetzt eben, ich bin... ...eher ein Support als... ...ein wirklicher Fighter. Das ist so ein bisschen problematisch. ...ein. Hm. Endlich kriege ich auch mal ein paar... Shit. zu viel bewegt. Wieso kriege ich trotzdem Schaden? Das nervt. Das ist so ärgerlich, dass ich hier keine Hilfe bekomme. Dann müsste ich mich einfach hier allein lassen. Ich meine, normalerweise müsste hier noch einer rumrennen, ja. Level 4 und Level 5. Was ist eine Quälerei hier? Vor allem habe ich hier beides keine... Also bin ich... Ich bin ein Unterstützer. Mit Schutz und Heilung. Und... Der andere eben... Ups, ich hätte das Leben vielleicht nicht unbedingt nehmen sollen. Oder doch? Auf den Boden schießen bringt also mir was. Hm. Interessant. Interessant. Verdammte. Sag mal. Was ist denn hier noch? Die sind doch nicht mehr ganz sauber. Was soll denn der Blödsinn? Kommen die mit drei Leuten mich zu ganken? Und kein... Keiner von diesen... komischen Bananenköpfen hilft mir. Manna-Regeneration. Manna-Regeneration. Zurückhalten und eine Menge raushauen. Äh... War zumindest der Plan. Wie viel habe ich eigentlich? 2 und 3,6 Regeneration. Hm. Tja. Wenn es so ist, dann... Dein Gegner wurde besiegt. Okay. Warum auch immer ich den... Achso. Vorsicht. Immer vorsichtig sein. Komisch. Da nimmt nur einer Schaden. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Hm. Hm. Jetzt habe ich dann wohl noch ein bisschen... Zusatzpower bekommen. Brauche ich zumindest... Die Sache ist eben die, wenn... Ich muss immer gucken, dass keiner aus dem Jungle jetzt auftaucht. Wie der gerade. Hm. Ah, die Kugel liegt auf dem Boden und ich kann dann durchlaufen. Aha. Das ist wunderbar. Hm. Ein bisschen mehr Bewegungsgeschwindigkeit tut gar nicht so schlecht. Das nervt. Ein Hallein.